Macadamia-Nüsse sind reich an gesunden Fetten, essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Dies verleiht den Macadamias verschiedene gesundheitliche Vorteile. Insbesondere die einfach ungesättigten Fettsäuren können dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu regulieren, Entzündungen zu reduzieren und das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern. Eine moderate Aufnahme von ungesättigten Fettsäuren kann zudem die Herzgesundheit fördern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017